Kapitel 40 So kann doch kein Mensch arbeiten. Minerva McGonagall trat durch die Tür. Minerva, setz dich doch. Ich hole Severus sofort. Hermine ging die Treppe zu Severus' Braukeller hinunter. Minerva ist da, Severus. Severus sah Hermine an und nickte. Gib mir fünf Minuten. Hermine ging die Treppe wieder hoch. Hermine, sie drehte sich um und sah ihn fragend an. Ich, er kam näher, war hin möglicherweise etwas reserviert. Ich wollte dir nicht wehtun, das musst du mir glauben. Hermine ging die Stufen wieder so weit hinunter, bis sie ihm in die Augen sehen konnte. Das hast du nicht, Severus. Du brachtest nur etwas Zeit für dich. Das ist okay. Sie küsste seine Nasenspitze. Und jetzt komm hoch. Fünf Minuten. Severus kommt, es kann aber ein paar Minuten dauern. Er kann den Trank nicht einfach so stehen lassen, an dem er gerade arbeitet. Minerva nickte. Tee? fragte Hermine. Die ältere Hexe nickte erneut. Gerade als Termine den Tee von Minerva stellte, hörte man Severus' Schütte auf dem Holzboden. Er blieb vor Minerva stehen. Minerva, meinte er ruhig. Severus, ich wollte dir persönlich die Nachricht überbringen, dass sich nichts ändern wird. Leere Entscheidungen obliegen mir und Lucius und ich sehe keinen Handlungsbedarf. Aber dieses übereifrige neue Mitglied im Rat hätte dich vermutlich sehr gerne abgestraft. Hermine umarmte Severus überschwänglich. Er hielt sie mit einem Arm an sich gedrückt. Danke, Minerva. Siehst du, dein Ruf bleibt tatenlos, du fiese Tränkemeister, meinte Hermine und küsste ihn liebevoll. Minerva McGonagall schmunzelte in sich hinein. Und Hermine, der Plan deiner Nachhilfe ist wieder, kommt morgen, meinte Minerva, als Hermine sich an Severus gelöst hatte. Hermine strahlte glücklich. Also verkaufen wir unsere Tränke weiterhin und heben bei, meinte sie zu Severus und zwinkerte. Vermutlich würden wir damit aber besser verdienen. Severus berührte nachdenklich sein Kinn. Ja, vermutlich, stimmte er ihr zu. Minerva sah sie irritiert an. Wovon redet ihr? Severus grinste und schwieg, bevor Minerva Elfenbein anbot. Ein Gläschen, warum nicht? meinte sie lächelnd. Severus! Er war gerade angekommen und sah sie fragend an. Wir haben ein Problem. Er runzelte die Stirn. Und das wäre... Ich brauche mehr Informationen, so kann doch kein Mensch arbeiten. Severus zog seine Lippen zusammen. Und wozu? Er leuchte mich. Hermine seufzte und deutete auf die Küche. Ein riesiges Chaos herrschte dort. Hermine sah wütend aus. Aber ein Abendessen sah er nirgends. Er drehte seinen Kopf leicht. Was hast du vor? Ich wollte uns ein schönes Abendessen kochen. Aber ich bin zu blöd. Ich kann es nicht. Aber wie auch? Sie hielt Severus ein Buch hin. Siehst du, viel zu wenig Information. Severus legte seinen Kopf schief, um in das Buch gucken zu können. Das kann doch nicht so schwer sein. Ist doch nichts anderes als Tänke braun. Ja schon. Aber nur, dass ich da drin keine Anleitung habe. Total fehlerhaft. Schimpfte Hermine. Severus betrachtete sie grinsend. Soll ich uns etwas holen? Von Toni? Hermine umarmte Severus. Würdest du das tun? Severus nickte. Natürlich. Als Severus mit dem Essen zurückkam, hatte Hermine bereits das Besteck ins Wohnzimmer geholt. Wein stand auf dem Tisch und Aurora lag auf Hermines Schoß. Sie war wach und griff immer wieder nach einem Spielzeug, das Hermine über ihr Baum ließ. Severus ließ eine Decke vom Sofa auf den Boten schweben, nahm Aurora von Hermines Schoß und legte sie auf die Decke. Dann setzte er sich zu Hermine und sie aßen gemeinsam. Am Donnerstagabend empfing Hermine ihre ersten Nachhilfeschüler. Severus hatte den Kamin seiner Wohnung im Schloss an das Flohnetzwerk angeschlossen, damit sie eigenständig zur Schule kommen konnte. Es hatte den Kamin jedoch so gesichert, dass der Zugang einzig zwischen diesen beiden Kaminen möglich war. An diesem Tag jedoch hatte Hermine Begleitung von Severus. Er traute Krumm noch immer nicht und wollte in Hermines Nähe bleiben. Aurora nahm sie mit durch das Flohnetzwerk. Hermine würde den Unterricht in Serus Klassenraum geben. So war Severus beruhigter. Während Hermine im Nebenraum versuchte, den Schülern etwas zu helfen, erhielt Severus unerwünschten Besuch. Als sie zum ersten Mal die Tür öffnete, stand Madame Pomfrey davor. Ich dachte mir, dass Hermine nicht alleine hergekommen ist. Ich wollte doch mal sehen, wie die kleinen Snape aussieht. Krumm rein. Aurora lag auf dem breiten Bett, zappelte vor sich hin. Madame Pomfrey blickte sie an. Oh, Severus, du tust mir jetzt schon leid. Er sah sie verwundert an und Madame Pomfrey meinte Erklären, vermutlich wird sie von Verehrendes umschwärmt werden. Servus sah Madame Pomfrey erschüttert an. Und Madame Pomfrey war nur die Erste, die zum Gucken kam. Alle waren sie ungemein neugierig auf das Kind ihres Kollegen. »Scht«, sie schläft, sei leise, zerstörte Madame Sprout so, als sie eintrat. Hermine war für den heutigen Tag mit ihren Schülern fertig. Während sie die Sachen zusammenräumte, sah sie Victor durch die offene Tür. Er blickte sie durchdringend an, betrat den Raum aber nicht. »Scht«, sie schläft, sei leise, zerstörte Madame Sprout so, als sie schläft, sei leise, zerstörte Madame Sprout so, als sie schläft.